und damit herzlich willkommen zurück hier auf meinem kanal ich bin's ja noch schon heute zeige ich euch mal wie hier das schwert der nacht und der flamme bekommen könnt und hier seht ihr es auch schon ich habe auf jeden fall schon ein bisschen aufgerüstet gehabt und das geile an dem schwert ist halt ihr habt dafür zwei talente einmal diesen laser beam da der übel stark ist und dann natürlich nochmals sekundäre diese dieses flammenschwert was übel ist krass schaden macht genau falls ihr wissen wo es ist es ist auf jeden fall hier vor dem torn des hauptanwesens der karriere so dann möchte ich sagen zeige ich euch jetzt mal den weg ihr müsst aber aufpassen es gibt die gegner die euch one shotten können müsst auf jeden fall immer auf dem boden aufpassen denn daran hier manchmal hände raus das ist jetzt gar nicht wirklich so geil wenn nicht mal so eine hand erwischt sage ich euch ganz ehrlich weil mich als beginner da seht ihr es auch schon würde ich empfehlen hier außerhalb zu laufen aber ihr müsst halt wie schon gesagt auf dem boden aufpassen okay hier sind wir ausgewichen dann sind wir auch schon fast da aber auch noch ein ganz kleines stückchen genau ihr seid euch halt nicht von den händen hier treffen lassen unser ziel ist es da hoch zu kommen darum gibt es auch ein bonfire freunde also keine sorge ihr könnt da oben auf jeden fall welche absagen die sollten uns hierher auf jeden fall nicht mehr folgen ihr habt ja auch ein mpc weiß mit dem reden wollt genau aber dann hoffe ich hier einfach ist er so ihr könnt ja bonfire resten weil sie darauf besteht so dann sind wir hier angekommen freunde hier müsst ihr auf jeden fall jetzt aufpassen ich würde euch empfehlen gegen keine einzelnen gegner jetzt kämpfen wir lauft hier einfach durch lasst die gegner einfach da und in die luft schlagen alles kein ding so hier müssen wir auf jeden fall jetzt aufpassen denn hier müssen wir uns fallen lassen auf das untere gebäude da unten links wie ich hier schon sehen könnt hierhin dann müssen wir jetzt hier noch einmal runter und zwar hierhin ihr solltet keinen fall schaden bekommen freunde keine sorge und dann geht ihr hier die leiter runter und da solltet ihr auch schon angekommen sein hier habt ihr dann hinten eine truhe ihr schon seht ihr ich habe die geöffnet und hier sollte dann das schwert drin sein und falls euch dieser guide gefallen hat freunde lasst mir doch gerne ein däumchen da lasst mir auch gerne ein abo da falls ihr keine weiteren videos zu endring verpassen wollt und dann sehen wir uns im nächsten video wieder freunde haut rein ciao